Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge Let's Play The Burning of Isaac Rebirth mit mir Revilem. Wir spielen heute exklusiv Lazarus und wir kriegen direkt I can see forever Das haben wir aber wirklich nötig, weil ihr kennt ja Lazarus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil. Wir haben es nicht nötig. Wir haben es nicht nötig. Nein, wir sind ab jetzt ziemlich geil dabei. Ich wollte mich sowieso schnell umbringen. Wisst ihr was? Weil dann bin ich einfach stärker. Finde ich eigentlich super gut. Also das, übrigens hätte ich da jetzt, es geht schon wieder gut los. Hätte ich da jetzt nämlich nicht, ähm, hätte ich da jetzt nämlich nicht das Herz gekriegt beim Devil Deal, dann wäre ich gestorben. Witzigerweise. Naja, ist halt so, ne? Oh, hier gibt es direkt was zu kaufen. Ja, wisst ihr, das Problem mit Lazarus ist ja, er kriegt ja dadurch eben den Bonus, dass er stirbt. Da hat er mehr Schaden und wird halt mit einem, ich glaube mit einem roten Herz wiederbelebt. Das heißt, eigentlich ist es ideal am Anfang, direkt Deals einzugehen, sodass man halt am Anfang ein bisschen, ja, sich umbringt, dann mehr Schaden hat und dann versucht halt ganz normal den Run zu spielen, weil dann hat man halt den Bonus. Weil was bringt es mir, wenn ich irgendwann im Late Game, was weiß ich, bei The Chest oder so, dann halt einfach sterbe und dann ein bisschen mehr Schaden habe, wenn ich nur einen Herzcontainer habe. Also deswegen versuche ich immer möglichst früh zu sterben, so merkwürdig sich das auch anhört. Ja. Oh, schaut mal. Oh mein Gott. Alter, ist das gerade der beste Lazarus dran oder was hier? Oh, ich habe noch gar nicht dieses Hit gezeigt. EJBX 730W. Und ihr wisst, Lazarus ist nicht so mein Lieblingscharakter. Da liegt einfach daran, dass er nicht so mega stark ist. Also ich will es nicht sagen, dass mein Lieblingscharakter unbedingt stark sein muss, aber ja, ich denke mir halt bei so Charakteren, ich weiß nicht, was den so besonders macht, weißt du? Da ist einfach ein, der ist halt da, ne? Ich will es auch nicht sagen, dass er kein Recht hat, da zu sein. Es ist schön, dass wir extra Charaktere haben, aber ich denke mir, beim Lazarus hätte man natürlich auch was ein bisschen Interessanteres machen können. Er kriegt seine Pille und hat sein Leben und ist ganz, Alter, was ist denn gerade los hier? Was ist denn gerade los hier? Wir kriegen gerade fette Items, du voll der geile Run hier. Direkt, direkt auf jeden Fall, die ich sieht, vermerken, Leute, dann das exakt gleiche machen wie ich und dann vielleicht noch ein bisschen besser und dann läuft das. Ach nein, bitte nicht. Ach, ich bin tot. Egal, dann haben wir das auf jeden Fall mal weg. So, wir haben jetzt also mehr Schaden und ich darf jetzt bloß nicht sterben, Leute. Also ich darf jetzt, um es verrecken, darf ich jetzt nicht sterben, Leute. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist alles umsonst und das wäre wirklich sehr schade. Oh, mal sehen, vielleicht klappt das. Komm, bitte, 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 bitte. Glück sei mit mir. Ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Sehr gut, weil bei dem Ding kannst du echt nicht... Ich hasse diesen Raum. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Raum. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wer wirklich, der, der den Raum designt hat, ist wirklich sowas von asozial. Also ich glaube, ja, natürlich machen wir einfach noch ein paar Stacheln hin. Ja, ja. So waren die... Oh, das ist ein... Ne, wir haben einfach noch nicht den Itemfloor gefunden. Okay, dann müssen wir uns auch keine Gedanken machen, von wegen wiederbelebt werden. Obwohl, doch, müssen wir. Weil wenn wir nämlich als, ähm, wer heißt er gleich? Blue Baby wiedergeboren werden, dann zählt ja der Win nicht. Oh, wir kriegen direkt nochmal... Das ist jetzt aber auch nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Wir kriegen hier, äh, nämlich ein Soulheart bei Larry Jr., weil er blau ist. Ja, das ist eine gute Logik. Direkt Wirecode Hanger. Ich mag das Item ja. Äh, wir haben alles gefunden, glaube ich, ne? Ja, sieht gut aus. Oh, da ist noch ein Schlüssel. Ja, aber wir haben eh gar nichts. Keine Bomben, gar nichts. Dann gehen wir doch mal weiter. Oh ja, wir haben... Bestimmt ja. Ja, ich muss wieder auf den Punkt kommen hier. Genau. Wir haben jetzt auch diese Blutspur, ne? Ja, doch nicht anscheinend. Nur wenn wir Schaden nehmen, anscheinend. Okay, interessant. Auf jeden Fall, wir haben... Wow. Wir haben einen ziemlich guten Run hier direkt. Ob ich jetzt das Herz durch den Devil Room verliere oder durch was anderes. Was ist das, bitte schön? Cain's Eye. Ah, ob ich das jetzt durch den Devil Room verliere, ist zwar besser, aber... Meine Güte, bin ich jetzt halt so gestorben. Ich weiß ja auch nicht. Leute, ich weiß doch auch gerade gar nicht Bescheid. Ich denke mir gerade aber wirklich... Sehr schön. Cain's Eye, glaube ich, bringt, dass man mit 25%iger... Oh shit. Ah, da hätte ich... Das hätte ich anders machen müssen. Da musste oben und unten stehen, weil da kommt ja die Münze eben raus. Ähm... Äh... Ist das jetzt gerade euer Ernst? Alter, das ist so... Also die Seed steht übrigens in der Beschreibung, Leute. Also, ja, wenn man den Run mit Lazarus schaffen will, dann kann man es sich natürlich auch einfach machen und kurz einfach die Seed vom Revy rauspacken. Hat ja manchmal dezent gute Seeds am Start. Nur manchmal... Jeden Run oder so. Oh man, Leute. Ihr seht's mal wieder. Es ist einfach... Es ist einfach phänomenal. Ah, nein, 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 nein. Ah, okay, gut. Okay, Dingle. Mal schauen, wie dir das gefällt, Boy. Uiuiuiui. Der konnte nicht mal auf mich chargen, ist er einfach direkt gestorben. Ähm... Ja, wir nehmen das natürlich. Ich hab bloß überlegt, ob es schlauer ist, zuerst zum Krampus zu gehen. Ich wusste nicht, dass es Krampus ist, nur so. Oh, okay, bitte Call. Jawohl. Ich glaube, es ist ein Damage Up. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mit Mams Hard funktioniert. Ich hoffe, dass es kein Damage Down ist. Das wäre wirklich... Das wäre richtig beschissen. Naja, ihr werdet mir sicherlich in den Kommentaren schreiben. So. Oh, ich bin so gehypt. Oh, warte, wir haben ja noch was aufgesprengt. Glücklicherweise. Cool. Ähm... Nee, da war wohl... Komm. Komm, wir sprengen es einfach direkt. Sprengen! Bitte gut. Ah... Ja... Kann man machen. Ist okay. Ich denke, es ist okay. Schlüssel sind wichtig. Schlüssel sind wichtig. So, und ich feiere das total, weil mit Lazarus so einen guten Run zu bekommen, ist nicht so leicht, finde ich. Also, mit Lazarus habe ich da die meisten Probleme. Ja, ist ein bisschen nicht so der beste Character, habe ich ja schon gesagt. Okay, ähm... Ich werde jetzt bloß noch mal versuchen, dass ich hier eventuell... Es ist schwer. Ich muss es von hier machen. Ja, gut. Wir machen es so. Okay, mal sehen, ob die Reichweite ungefähr so stimmt. Ich glaube, so ungefähr. Okay, also das heißt, dort ist er nicht. Ja, was labere ich auch? Wir haben ihn ja noch schon gefunden. Ja, super. Ich meinte natürlich den Secret Room. Ah, Genius. Genius. Okay, wir gehen einfach weiter. Und ich muss sagen, ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass wir so wenig Leben haben. Vielleicht kriegen wir noch ein paar HP-Ups oder so. Bei dem Run würde es mich nicht verwundern. Aufpassen. Ach, Mist, ist das so dumm. Also, jetzt, wenn wir Schaden nehmen, dann kriegen wir diese coole Sache da. Diese... Äh, diesen Blut-Part. Okay, ich denke, es sollte eigentlich ein... ein relativ leichter Run werden, sage ich jetzt einfach mal. Ich gehe rein. Yes! Es lohnt sich immer wieder, Leute. Ihr müsst einfach reingehen. Ihr müsst einfach den Mut haben, da reinzugehen. Ich weiß nicht, warum das sich meistens in den schwachen Runs nicht lohnt, sondern es sollte eigentlich das Ganze balancen. Aber, naja. Ah, Mist. Mach mal so. Jawohl. Dankeschön. Mal sehen. Vielleicht ist er hier. Vielleicht haben wir Glück hier. Komm schon. Yes! Jawohl. Oh, und direkt nochmal hier eine goldene Kiste. Das ist auch nicht... Das ist nicht schlecht. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal was kaputt gemacht. Ja, okay. Geht so. Geht so. So. Wir versuchen... Oh, das geht schnell. Das... Ist das jetzt dein Ernst? Wieso? Wieso überlebt denn dann der Erste? Das geht euch alle durch. Mit... Ich würde sagen, gleichem Tempo. Und der Erste überlebt einfach. Und dann denkt sich, oh ja. Schon okay. Das ist schon wieder richtig schlimm hier. Ich krieg's bestes Setup und stell mich wieder an wie so ein... So ein richtiger Vollhonk. Keine Sorge. Ich werde es auf jeden Fall schaffen. Also wenn ich den Run... Wenn ich den Run nicht packt, dann... Das verzeihe ich mir nicht, Leute. Das... Das könnt ihr mir aber glauben, wenn ich die nicht packt. So. Ich bin dann auf jeden Fall... So schnell seht ihr mich hier nicht mehr im Let's Play. Okay, boy. Bleibt bloß weg hier. Ich muss aufpassen. Ich glaube, der macht auch seine Brimstone Attack ab und zu. Oh, schon tot. Ah, Pillen. Ich geh erst zuerst hier rein. Okay, das ist sogar ganz gut in dem Fall. Weil ich brauche kein wirkliches Damage ab. Ich brauche nur Soul Hearts. Bitte gib mir Soul Hearts. Soul Hearts 1. Gab ist tail. Jawohl. Paralysis. Das ist natürlich mega gut. Bitte kein HP down. Pretty Fly. Alter, Junge. 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 Nee. Was ist denn los? Das glaube ich... Oh mein Gott. Es ist... Es ist... Alter, das ist... Das ist... Ich glaube, ich einer der Overpowers und Runs hier. Die Speeddown ist auch nicht so schlimm. Wir sind nämlich relativ schnell gewesen bis jetzt. Man merkt es natürlich ziemlich, dass wir Speeddown gekriegt haben. Aber meine Güte. Oh Mann. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass, was Moms Knife aus eurem Mann macht. Ich hätte eigentlich auch Bock gehabt, nochmal mit Death's Touch zu spielen. Aber irgendwie... Drei Parts hintereinander habe ich mir gedacht. Vielleicht ist es zu langweilig. Machen wir einfach mal wieder Crazy Daisy Moms Knife Action. Sencha haben wir auch noch rausgeholt hier, ne? Oh, super Sache, du. Und... Ah! Was? Ach, die... Das war so eine Wiederbelebungssache. Oh, hier nochmal zwei Herzen. Super, super. Ne? Man kann das Ding, glaube ich, auch... Ne, diagonal kann man es nur halten. Man kann es aber nicht rausschießen. Finde ich auch irgendwie bis... Ja gut. Bleibt natürlich den ganzen... Äh... Von wegen Tränen können nur nach rechts, links, oben, unten. Thema... Äh... Treu. Genau. Demon Baby Auto Turret auch nochmal. Gar kein Thema. Gute... Dezent gute das Ding. Hier ist der Shop. Das ist gut. Ich hatte sowieso... Vorreden zu besuchen, wenn ich noch ein bisschen Geld kriege, vielleicht. Wir sehen, vielleicht kriegen wir noch irgendwo ein paar Cent. Nein, das sind keine Cent. Egal wie... Ne, wir können da nicht reingehen. Also mit Tour of Clubs werde ich natürlich dann bei Zeiten mal die Bomben verdoppeln. Ich weiß nicht, ist das von der Zeit noch? Ist das schon... Ja, komm, wir können nochmal ganz kurz in den Raum schauen. Vielleicht kriegen wir tatsächlich nochmal irgendwie 2, 3 Cents raus. Von den Champion Maden hier. Alter, das ist... Es ist gerade wirklich unglaublich. Ist gerade nicht, was ich mache. Ähm... Vielleicht treffen wir nochmal den ein oder anderen Pilz. Naja, das war... Das war... Gezielt der Stein getroffen, würde ich mal sagen. Ah, da oben gibt es ja noch so einen Challenge-Raum. Ja, ich kann nicht anders, Leute. Es geht nicht. Ich brauche jetzt vorher noch ein bisschen Geld. Ah, schade. Ich meine, das dauert ja auch nicht lange. Ich versuche natürlich noch in den Boss Rush reinzukommen. Ist ja logisch. So bitte, wie soll ich das bei dem Run denn auch nicht versuchen? Ehrlich gesagt mag ich Moms Knife gar nicht mit so ultragroßer Range. Ich weiß nicht. Unsere Range ist gerade verhältnismäßig groß. Liegt natürlich daran, dass ich es auch ein bisschen auflade. Aber... Nö. Oh, ein bisschen Geld. Nein. Und ein Herz. Naja, egal. Wir gehen weiter. Und hoffen, dass hier noch was passieren wird. Dass wir vielleicht doch eventuell das ein oder andere Herz noch kriegen. Ich konnte jetzt natürlich die Bomben verdoppeln auf 10, aber wir können ja auch noch ein bisschen warten. Oh, ist das ein Zelda-Raum oder ist das so ein... Es ist ja... Oh, mein Gott. Warte, das ist die blaue Fliege. Okay, die blaue ist eine Bombenfliege. Das ist gut. Warte, die kommt gleich wieder vorbei. Komm, 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 komm. Ja, das ist leider... Leider hat es nicht ganz funktioniert. Egal. Ein Soulheart. Danke, danke. So, wir gehen hier nochmal rein. Oh, das könnte uns auch nochmal gut Soulheart geben, bitte. Komm schon. Das geht. Das geht. Yes, Soulheart. Okay, hier ist nichts mehr los. Ja, es war plus, minus im Prinzip null. Außer, dass wir halt ein Soul... Ja gut, wir haben eine Bombe verloren, das war alles. Besser als ein Soulheart zu verlieren. Seien wir mal ehrlich. Seien wir mal ehrlich. Und wir haben wieder nicht den Kompass-Effekt gekriegt. Schade eigentlich. Wäre ganz witzig gewesen, wenn uns Keynes einmal was gebracht hat. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ist wieder so ein richtig geiler Troll-Raum. So, du zahlst zwei Schlüssel. Komm rein und zahl nochmal einen Schlüssel. Und nochmal. Wir lassen dich verarmen. Und dann schaffst du einfach... Ja. Das ist die geilste Situation ever. Pass auf, wie ich jetzt einfach in diesem ganzen Floor keine Schlüssel mehr kriegen werde. Nicht, dass ich es nicht verdient hätte, weil ich meine... Komm schon, der Run ist so gut. Ich habe echt keinen Schlüssel mehr verdient, aber... Ich hoffe natürlich trotz... Ja. Komm natürlich wegen Guppys Tail einfach überall die Goldkiste. Das ist sowas von klar. Das ist einfach nur sowas von klar. Yes! Alter Schwede! Was denn los? Okay, wir nehmen jetzt noch die Matchstick, damit wir mit mehr Bomben droppen. Alter, das ist doch gerade krass, oder? Oh, die Monkeyspawn nehme ich auf jeden Fall nachher mit. Oh mein Gott! Homing-Shots auch noch gekriegt? Ja, wahrscheinlich, oder? Als ob halt... Als ob halt... Was ist das für ein Run? Ist das so ein Einmal-im-Leben-Run, oder was? Ja gut, Einmal-im-Leben-Run sind nochmal ein bisschen stärker, aber... Das ist so ein Dreimal, so ein Fünfmal-im-Leben-Run, ja? Oh, nochmal die Turner-Heart. Gut, sehr gut. Ich... Ich... Okay. Okay, das... Ja. Ich glaube, das ist ja Cave 2. Ich bin mir gerade... Ach, funktioniert das sogar mit dem Spoon-Bänder, oder was? Tatsächlich. Aber es ist ein bisschen merkwürdig, aber es funktioniert anscheinend. Cool. Weil das Ding bleibt dann auch so ein bisschen auf dem Gegner drauf. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht wert. Oh, das bleibt so auf dem Gegner drauf. Das ist geil. Dann werden die länger sozusagen vernichtet. So, mal schauen. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, du. Das ist doch einfach ab, normal. Okay. Wir nehmen uns jetzt einfach alles, was geht. Hier, das nehme ich auch nochmal. Oh, das war Speeddown. Das war dumm. Ja, das war dumm. Meine Güte, was willst du machen? Manchmal muss man auch dumme Sachen machen. Dann stechen die Schlauen viel besser hervor. Und wir gehen uns einfach mal runter hier, ne? Klar. Klar, das ist doch gerade auch, ne? Oh, ich brauche hier Monkeys-Power. Ja, die muss ich mir dann auch nochmal holen. Darf ich nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, ich muss jetzt auch nochmal ganz kurz zurückgehen, die wir holen. Einfach nur, damit ich... Hier holen wir uns nochmal eine Bombe raus. Ach, du Scheiße. Jetzt kriegt man ja auch noch alles doppelt, weißt du? Ah, ja. So, wir holen uns Monkeys-Power. Für diejenigen, die nicht wissen, was es bringt, es ist... Glaube ich, wenn du auf ein halbes rotes Herz kommst, dann wird einfach ein schwarzes Herz getroppt. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber dann ist man doch unsterblich. Ja, das stimmt, aber das funktioniert nur dreimal. Also, nur. Ja, funktioniert insgesamt dreimal. Und das ist natürlich ziemlich gutes Swinkels, habe ich gehört. Bei uns hat es jetzt noch nicht so rausgerissen, irgendwie. Aber, äh, das kann natürlich daran liegen, dass man es einfach nicht nötig hat, wenn man beim Sniper Deaths Touch und diese ganzen Geschichten, du. Das ist natürlich schon ziemlich krank. So, ich habe es verdoppelt. Wir haben immerhin 23, äh, 23 Bomben. Nee, das hole ich mir nicht. Die blaue Kiste lasse ich jetzt einfach mal lesen. Jo, einfach tot. Jo, wahrscheinlich auch noch der Halo gekriegt. Ach so, natürlich. Warum denn auch nicht? Ist ja nicht irgendwie eins der besten Drops, die man kriegen kann von Boston. Nö, gar nicht. Okay, Range Down. Ist vielleicht gar nicht so übel. Das ist die gleiche Pille. I can see forever. Danke, die habe ich gebraucht. So, wir nehmen da Halo und gehen einfach runter, weil... Schockt uns gar nicht. Also, ich weiß auch nicht, was ich jetzt hier machen soll. Das ist ja sowieso... Ist ja hier, ne? Und so ist auf jeden Fall... Bleibt mir gar nichts zu sagen. Oh, Brimstone-Dinger, die mag ich überhaupt nicht. Okay. Ich finde das irgendwie saurwitzig mit dem Aiming. Okay, hier kriegen wir auch nochmal hoffentlich was. Komm, 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 komm. Ah, Mist, das war unnötig. Hätte ich lieber zwei Bomben platziert. Egal. Egal, ist jetzt nicht so mega tragisch. Ich meine, hier kann man sich das noch leisten, wo der Eintritt und Austritt im Prinzip zusammen nur ein Herz kosten. So. So, wunderbar. Alter, das ist mit dem Spoon-Bänder, darf man nicht... Gappies, hört. Ja. Wisst ihr was? Ich mache den Run jetzt total overpowered. Ist mir egal. Ist mir jetzt total egal. Ich nehme jetzt auch alle Gappie-Items, weil ich will einfach sehen, wie dieser Run sich entwickelt. Steam-Sale gekriegt, auch kein Thema, ne? Wir kriegen übrigens total starke Fliegen, wollte ich nur mal sagen, weil die basieren ja auf eurem Schaden. Und wenn unser Schaden halt mit Momsknife ultra stark ist, ne, dann sind die Fliegen natürlich auch ultra stark. Die sind, glaube ich, sogar doppelt so stark wie normale Schüsse. Ich weiß nicht, wie das mit Momsknife funktioniert, von wegen Schüssen, aber... Oh, Entschuldigung. 15 Minuten, wisst ihr was? Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Das ist schon The Depths 1, das dürften die locker schaffen. Ich, ähm, suche jetzt mal kurz den Item Room. Super, hier ist nix. Haben wir eine Sackgasse schon mal gecleert hier. Oh, da ist er direkt. Da ist er direkt. Wir kriegen noch mal ein paar Fliegen raus. Was ist das? Spider Baby. Spider's Revenge. Ich weiß gar nicht, was das war. Wo ist Spider Baby? Hab ich jetzt, brauche ich jetzt auch noch Spiders? Das wäre witzig. Das wäre witzig. Ah, ne, die liegt ja auf dem Abgrund, die goldene Kiste. Ich habe schon gerade gedacht. So, wir schauen noch mal ganz kurz hier. Äh, warte mal, was mache ich denn hier? Ah ja, genau hier. So, schauen wir mal. Ist nix los. Okay, vielleicht hier. Jopp, da ist er. Und wir kriegen ein Item. Mystery Sack. Ah ja, das war das, was alles Mögliche droppt, ja? Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, wir gehen jetzt natürlich weiter. Wir müssen hier ja noch beide Bosse besiegen. Und da wollen wir doch mal sehen, wie lange das dauert, ne? Hier, guck mal. Schon tot. Kriegen wir übrigens ein Deal und Range Up. Okay, ich bin ehrlich gesagt, ich bin damit zufrieden. Also, wenn jetzt da nicht totale Bullshit rauskommt. Und ich glaube, da kommt... Random Box. Oh mein Gott, ich liebe dieses Item. Deswegen liebe ich dieses Item. Ich finde das so geil. Ich weiß nicht, ich finde das einfach nur total geil. So, dann verschwinden wir hier. Ich muss mich jetzt nämlich doch ein bisschen sputen, wenn ich noch in den Boss Rush will und hier noch die Items abstauben will. Das heißt, wir begeben uns ganz schnell. Durch diesen Floor. Kommen direkt zu Slothy Boy. Der ist tot und wir kriegen eine Karte. The World setzen wir direkt ein. Und ich verschwinde hier. Wisst ihr was? Ich setze jetzt auch noch Icon C4R ein. Oh, hätte ich gar nicht machen müssen. Obwohl doch für den Top Secret Doom. Stirb mal bitte. Stirb du auch noch. Genau, wunderbar. Golden Key auch noch getroppt. Ich glaube, das ist sogar vom Mystery Sack. Das ist so krass. Okay, das bringt uns absolut nichts. Aber egal. Ist egal. Es juckt uns, glaube ich, extrem überhaupt nicht mehr. Seien wir doch mal ehrlich. Das ist sowas von Schnutzipuh. Ob das jetzt noch passiert oder das andere. Das ist mir vollkommen. Ich versuche jetzt einfach noch bei 90 Minuten. 19 reicht vollkommen aus, wenn ich da noch reinkomme. Ja, ich habe hier noch mal eine Icon C4R Pille abgestaubt. Ja, wisst ihr was? Ich nehme mir das auch noch mit hier. Da kann man auch noch mitnehmen. Was ist das? Weiß ich gar nicht. Nimm also einfach. Speed ab. Okay. Warum denn nicht? Und dann verschwinden die hier. So, ich werde jetzt nur ganz kurz versuchen, in die Arcade zu kommen. Und zwar auf dem Weg, der mich am wenigsten Fights kostet. Und da muss ich mich aber doch ein bisschen sputen. Pass mal auf. Wir killen jetzt kurz die Boys. Ich zahle hier kurz mein ganzes... Komm schon, Blood Bag. Komm raus. Noch ein Versuch. Okay. Mehr nicht. So, wir gehen. Einfach, falls ich noch eine Donation Maschine finde, dann kann ich da noch mal ordentlich absahnen. Okay. So, die können wir auch mal ganz kurz erledigen. So. Das ist, glaube ich, ganz gut sogar. Puberty. Was war das? Speed ab. Eins nehme ich noch. Ich will nicht zu schnell werden. Und dann gehen wir ganz schnell jetzt aber. Ich kann das nicht da lassen. Was ist das? Nein. Okay, jetzt muss ich mich echt langsam sputen. Haben wir doch schon. Sonst komme ich nicht mehr in den Boss Rush. Ich muss doch in den Boss Rush rein. Okay, so, wir sind... Wir haben noch 40 Sekunden. Das dürfte gehen. Ui. Ja, das geht gut. Okay, ich muss jetzt bloß... Jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Okay, ja, seht ihr mal hier, ne? Kein Thema. Ich glaube, ich kann alles nehmen sogar. Ich glaube, ich kann alles nehmen. Ich weiß bloß gar nicht, ob ich Judas Shadow nehmen will. Einfach nur mit der Begründung, weil... Ähm... Ich hab mit Judas schon alles freigeschaltet. Das ist das einzige Problem. Also wir werden erstmal Gappi. Komm, wir werden Gappi. So, dann nehmen wir auch noch Gimpi, weil... Komm, wen juckt das? Seien wir doch mal ehrlich. So, jetzt muss ich bloß mal ganz kurz rausquitten. Also sorry. Äh... Aber ich muss kurz rausquitten. Und zwar mit der Begründung, dass ich nachschauen will, wie es aussieht. Wie es in unseren, ähm... Lazarus steht. Okay, hat den ganzen Satan-Weg schon gemacht. Das heißt... Wir gehen jetzt hier natürlich und holen uns den Polaroiden. Den Polaroiden. Und nehmen uns hier jetzt hoffentlich noch ein gutes Upgrade. Ich glaube, es wird sogar... Auf Rotten, Baby. Obwohl, warte, funktioniert das gut mit Brimstone Boy? Ich meine, ich muss sowieso gedrückt halten und loslassen. Funktioniert das, glaube ich, sogar ganz gut. Dann nehmen wir das mit. Gut, normalerweise hätte ich... Ich meine, mit normalen Tränen ist mir sogar... Das, äh... Die Rotten Boy lieber. Weil ich... Ja. Ich mag das nicht, wenn ich... Äh... Sozusagen die... Den Angriff von... Dem Little Brimstone Boy da... Sozusagen mit dem... Von dem Brimstone Baby eben mit meinen eigenen Schüssen koordinieren muss. Das ist mir einfach zu aufwendig. Geht schon. Aber nur in schwachen Runs. Wo ich... Wo halt einfach der Schaden von dem Kleinen größer ist als meiner. Und da denke ich mir halt... Wenn ich sowieso schon gedrückt halt muss und loslassen, Dann bringt das halt was. Dann lassen wir es halt einfach... Dann nehmen wir es halt einfach mit. Warum nicht? Oh, das war gerade knapp. Aber ich meine, ich habe ja zwei Pretty Flys nur mal so angemerkt. So, guck mal hier. Stirb mal kurz. So, juckt uns überhaupt nicht tot. Gemini, du hast auch mal kurz sterben. Das wird einer der schnellsten Boss Rushs übrigens. Wir hatten, glaube ich, mal eine schnelleren, aber... Das ist schon ziemlich schnell. Das ist schon ziemlich schnell. Oh, das geht auch ultra schnell. Pass auf. Okay. Ich glaube, es geht mit... Mit Lemon Party geht es noch ein Ticken schneller. Oder? Ich weiß gar nicht. Lemon Party geht... Geht Lemon Party bei denen überhaupt? Die fliegen ja. Bin ich mir gerade relativ unsicher. So, guck mal, Chad. Da ist auch direkt ein One-Hit-Sterben. Schuckt uns überhaupt nicht. So, Chub. Stirbst du auch mal? Okay, hat's Hut-Hut-Hit gebraucht, aber war ja auch von der Seite. Das zählt ja nicht, ne? Tot. Das ist sowas von übertrieben. Ich weiß eigentlich, ne? Ich weiß, warum ich Capi-Items normalerweise nicht genommen habe eine Weile, aber jetzt... Ich dachte mir, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach... Wir machen jetzt einfach... Den Ultra-OP-Run, wenn wir es schon kriegen vom Spiel. Ich glaube, wie viel habe ich jetzt Schaden genommen? Ein... Ich glaube, einmal habe ich hier Schaden genommen in dem Raum, bis jetzt. Selbst das hätte nicht sein müssen. Okay, tot. Wunderbar. Bloat. Oh, bei Bloat habe ich natürlich noch mal Schaden genommen. Ich kann den Typ nicht leiden. Blödes Viech. So, in Maskewin-Familie ist normalerweise so richtig unnötig. Das Ding... Kann, glaube ich, keiner so wirklich leiden. Okay, Famine darfst auch kurz sterben. Brauchst gar nicht durch einen Bildschirm zu springen. Oh, shit. Irgendwie finde ich das witzig, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Telepathy oder diese Spoon-Bender eben gut funktionieren würde mit einem Mops-Knife, aber es funktioniert erstaunlich gut. Oh, oh. Hallo? Oh, tot. Guck mal. Okay, das ist die letzte Wave mit The Fallen. Oh, nein, schon wieder. Ich hasse diese... Ich... 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 Wirklich... Oh, Missing No haben wir gekriegt. Cool. Das heißt, wir hatten noch nie einen Boss Rush mit Lazarus. Interessant. Anarchist Cookbook... Äh, Cookbook. Ich weiß noch auch nicht, wie man es ausspricht. Ich sage es immer falsch. Vollidiot. Äh, wir nehmen natürlich Cup-Z. Ich finde es eigentlich meiner Meinung nach wesentlich besser. Also, es wäre wirklich wunderbar, wenn wir jetzt nochmal eine Donation Machine finden würden. Ich muss mich jetzt sogar echt anstrengen, glaube ich. Weil ich habe nicht so viel Leben. Also, ich meine, ich kann auch als Arndt wiedergeboren werden, aber dann kriegen wir ja nicht die Lazarus Achievements. Und die hätte ich schon ganz gerne gekriegt. Okay, das heißt, wir strengen uns an. Ultra Hardcore Mode. Aktiviert. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Tomaten. Oh, nein. Tomaten. So, Tomaten sind gesund, Leute. So, wenn man den so easy im Womp killen kann direkt, dann... Kein Thema. Kein Thema, Leute. Kein Thema. Ich weiß, dass der Hairball jetzt nicht wirklich gut ist, aber ich denke dann trotzdem so... Juck mich nicht. Ah, ich weiß gar nicht. Ich nehme jetzt mal die Acht-Schlüssel. Pretty Fly, damit wir einfach drei Stück haben. Speed Up brauchen wir nicht. Wo ist das? I can see forever. Ah, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Komm. Ich setze es einfach mal irgendwann random ein. Es spart eine Bombe, seien wir mal ehrlich. Das ist eigentlich... Eigentlich ist das alles. Weil, ja. Aber was anderes bringt das halt einfach nicht. Wir haben so... Wir sehen sowieso jetzt wegen den beiden Maps oder was auch immer. Haben wir nur eine. Ich weiß es nicht. Ähm, wo es lang geht. Und... Alter, wie weit das gerade einfach geflogen ist. Das dachte ich auch gerade. Oh, du... Ist okay. Ich gehe einfach mal kurz auf eine Reise. Oh, no, no, no. Irgendwohin. Das fliegt manchmal. Das glitscht irgendwie noch drei Kilometer weiter. Also habe ich nichts dagegen. Finde ich gut. Aber... Aber trotzdem. Das ist schon ziemlich merkwürdig. Das ist schon ziemlich bizarr. Muss aufpassen. Bei denen nicht, dass ich in die Reihen... Was geht jetzt ab mit dir? Messerchen, ja? Normalerweise ist der Super Secret Room relativ nah am Bossraum. Ich schätze mal, dass der Bossraum dann auch dort sein wird. Wollen wir doch mal überprüfen, ob das hier stimmt. Oder ob das hier einfach wieder nur meine... Meine... Imagination ist. Okay. Hier ist natürlich das Top Secret Room. Und wir kriegen ein Eternal Heart. Jawohl. Das ist natürlich unglaublich gut. Ich suche jetzt natürlich immer noch den Bossraum. Geh weg, geh weg. Ich muss mir ein bisschen Platz schaffen. Wo ich einfach ausweichen kann. Genau. So, jetzt sind wir auch schon wieder einigermaßen sicher. Das hatte gerade nicht so gut geäbt. Da muss ich sagen, du... Also... Noch... Das geht noch besser, du. So. Oh, shit. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier runter. Mal kurz gucken. Mal ganz kurz hier runter gehen, hä? Mal umgucken. Also ich schätze mal, dass der Boss dann wahrscheinlich relativ weit unten sein wird. Ich gehe jetzt auch nochmal hier nach links und dann nach unten. Mal gucken, ob das hier so ist. Okay. Also das sieht doch... Sieht doch... Sieht relativ richtig aus. Ich glaube, ich... Ich glaube, der Weg, der hier noch weiterführt, der wird wahrscheinlich dann zum Boss führen. Wow. Nein. Nein, nein. Nein. Ich dachte gerade, ich wurde von meinem eigenen Brimstone Baby getötet. Ähm... Ja. Burglings. Bei denen habe ich eigentlich nur Angst vor den Blutpopeln, die die manchmal in alle Richtungen verstreuen. Ich weiß immer noch nicht. Ich sehe einfach keine Berechtigung in diesem Viech. Danke, Mystery Sack. Nicht, dass ich das Geld brauchen würde, aber... Kann man die auch mal anerkennen, ne? Oh, ein leerer Raum. Cool. Okay. Hier nochmal zwei unnötige Gegner. Wollte nur mal darauf hinweisen, dass unsere Fliegen gerade Überhand nehmen. Genauso wie alle anderen Items. Ich finde dieses 1 plus 1 Item ist sowas von stark. Ich finde das einfach ultra stark. Da kenne ich nix, du. Okay. Das heißt, hier geht es ja wohl überall nicht mehr... Ah, wieso bin ich hier reingegangen? Ich pfeife. Sind alle meine Fliegen gestorben? Umfasst. Geht auch nee. Also ich glaube, dass es dann links sein wird. Oh, das ist ein Raum, da könnte ich sogar Schaden nehmen. Wenn ich nicht aufpasste, dann... Dann können es hier knapp werden, Leute. So. The Magician. Wow, das bringt uns natürlich unglaublich viel, wenn wir sowieso Spoonwände haben. Aber ich meine, nicht undankbar sein, Leute. Der Run ist schon gut genug gewesen zu uns. Ich habe jetzt hier keinen Schaden genommen. Du, ich habe da jetzt... Nee, ich habe da keinen Schaden genommen. Das kann mir keiner erzählen, nee. Das würde ich nicht glauben. Wenn ich da Schaden genommen habe, also dann ist das wirklich ungerecht des Todes. Ähm. Kann letztendlich mal dieser blöde Bossraum erscheinen? Das geht's doch gar nicht. Ich glaube, wir haben keinen Schaden genommen. Bis jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hoffentlich nicht. Nicht Liches, nicht Liches. Ich hasse diese Viecher. Bitte nicht. Schwindet. Okay. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Floor hier? Ist das jetzt ein... Ist das jetzt ein X11-Floor? Warte mal kurz. Das muss ich überprüfen. Nee. Doch, es ist ein X11-Floor. Oh. Da muss ich nochmal besser aufpassen, du. Dass ich das jetzt nochmal was wird. Okay. Oh nein. Gut, dass wir fliegen können. Fliegen ist hier in dem Bossfight schon die Hälfte. Vom Win. Okay, wir kriegen Little Steve. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche, aber... Bossfight. Yes. 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 Ich hasse nicht gesagt. Und es ist tatsächlich passiert. Ich hab gewusst, wenn ich sag, dann wird's... Dann kriegen wir's eh nicht. Mamas Boy, ne? Aber jetzt, wo man's nicht sagt, ganz klar. Dann denkt sich... Das hat sich... Weiß ja, ich hab gedacht so... Das darfst du nicht sagen. YouTube wird's auf jeden Fall mitkriegen. Wenn du einmal was sagst, dann... Wissen die direkt Bescheid. Oh, scheiße. Er hat gesagt. Er hat's angekündigt. Nee, nee, nee. Wenn er es ankündigt, er sein Mamas Boy kriegt. Nee, das kann man nicht machen. Er guck, geht nicht. Kann man nicht machen? Geben wir ihm nicht. Aber wenn das nicht sagst, dann schlüpft das bei denen durch. Bei YouTube, die merken das nicht. Dann funktioniert das mit dem Vorführeffekt auch nicht, weil ich hab's ja nicht angekündigt. So, ich hab's natürlich geplant gehabt. Deswegen hab ich mich stillschweigend konzentriert. Okay, Icon Steve Forever, wisst ihr was? Wir setzen jetzt Justice und Icon Steve Forever ein. Einfach nur, damit wir keine Bomben verschwenden. Nicht, dass wir sie brauchen würden. Oh, schau mal hier. Komm, Schlüssel, bro. Gib mir noch mal hier. Gib mir noch mal ein schickes Item, du. Ein schickes Item. Übrigens, ich wollte es nur mal sagen, aber wir haben dann tatsächlich mit Lazarus alles freigeschaltet. Für diejenigen, die es interessiert, ich glaube, Isaac hat bei uns alles, Judas hat bei uns alles. Ähm. Wo haben wir... Oh, nein. Oh, nein. Cricket set. Cricket set einfach. Jo. Gib mir noch mal ein Item, bitte. Also, ich brauch noch vier Schlüssel auf jeden Fall, ne. Das wollte ich nur mal sagen. Kannst du mir noch mal ein Item geben? Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, das ist Geld. Das ist, ich glaube, du hast es ein bisschen missverstanden. Komm, jetzt gib mir ein Item. Komm. Ja, ja. Nein. So viele Kisten. Das sind einfach zu viele Kisten. Das Geld bringt mir halt einfach, einfach absolut nichts. Egal. Ja, ich, ich kann jetzt nicht den ganzen Schlüssel hier auch noch aufgeben. Das, ach, ich wollte es eigentlich nicht, aber egal. Okay. So, da, da geht ihr dahin. Übrigens, unsere Fliegen sind jetzt natürlich auch stärker geworden. Einfach dadurch, dass wir das Max Head mal zwei Multiplikator Item aufgesammelt haben. Ah, nein. Ich brauch aber die, ich brauch die Schlüssel, bitte. Also, ihr macht auf jeden Fall nicht den Fehler, den ich hier gerade gemacht habe. Dass ihr sagt, yo, ich gebe alle meine Schlüssel dem Keyboy. Weil ihr wisst ja, bei, in der Chest braucht man vier Schlüssel. Also, diese vier Schlüssel, da gibt es ja dann vier Kisten direkt. Und da kann man dann natürlich sehr viele schöne Items bekommen. Insgesamt vier, mindestens. Okay, was ist das? Oh, der Joker. Ah, nee, wir haben ja sowieso. Ah, ich weiß nicht. So, ich spreng sie jetzt aber. Das hatte ich so nicht geplant. Ich habe gehofft, dass ihr mir noch eventuell ein Herz gibt oder so. Wir haben es ja hier gekriegt. Danke, danke. Ah, hier ist ein Tinted Rock. Habe ich total übersehen. Total habe ich das übersehen. Das ist so klar. Oh, Mann. Oh, das Spiel ist so ein Troll. Das ist so einfach, einfach der Mega-Troll. So, bitte. Der Run, der Run ist einfach, das ist einfach, das ist der richtige Cron, Cron, Mann. Vor allem Cron. So, jetzt gibst du mir bitte ein paar Schlüssel. Dann können wir hier nochmal den Run noch ein bisschen overpowered machen. Weißt du, ich könnte schon längst fertig sein. So was von längst könnte ich hier fertig sein. Aber ich zögere es einfach raus, weil ich will einfach die overpoweredste Combo hier rausprügeln. Oh, nein. 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 Bettler Boy. Armer Bettler ist gestorben. Wir werden ihn auf ewig in Erinnerung behalten. Armer Kerl. So, ich glaube, ich wäre jetzt ein bisschen Russian. Ich will sowieso die Schlüssel behalten. Seien wir doch mal ehrlich. Ich muss die Schlüssel behalten. Ich kann die nicht einfach hier so zurücklassen. Also, ich bin... Oh, hier ist nochmal ein Titel. Danke, danke. Die brauche ich wirklich. Danke sehr. So, wir suchen jetzt natürlich noch immer den Boss Room. Wo... Oh, nochmal zwei Schlüssel. Echt, das kann ich ja trotzdem. Kann ich ja tatsächlich nochmal. Yo, ich kriege gerade voll viel Schlüssel. Voll geil. Mystery Back. Gib mir auch nochmal ein paar Schlüssel. Komm. Komm, 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 komm. Ja, bist du ein braver Mystery Back. Ja, bist du ein braver Mystery Back. Leech stirbt. Ich glaube, keiner auf diesem Planeten kann Leechs leiden. Also, seien wir nochmal ehrlich. Keiner kann Leechs leiden. Ich glaube, da spreche ich für euch alle. Ich sage, Leechs, nein. Das geht einfach nicht. So, überallen uns hier jetzt nochmal ein bisschen. Machen wir hier nochmal ein bisschen Action. So, hier vielleicht nochmal ein paar Items raus. Auszimmern, hier. Ne. Ich bin echt ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Schlüssel. Sehr gut. Schlüssel sind sehr gut. Nein. Ne, 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 ne. Ums Verrecken nicht. Ums Verrecken nicht. So, ich nehme es jetzt auch nicht versehentlich, indem ich in den Raum reingehe. Ganz ruhig muss man da. Ganz ruhig muss man da versuchen, an dem Ding vorbeizulaufen. Aber ja nicht. Ja, nicht dieses Ding nehmen. So. Okay. Das geht ja schön auf. Nicht, dass ich das Geld brauchen würde. Dann sprengen wir dich. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Schlüssel. Ein Daimchen. Naja, brauchen wir nicht wirklich. Aber so ist es, ne. So, und dann mache ich natürlich jetzt noch folgendes. Ich gehe jetzt zum Sardenge. Zum Sardenge. Und hoffe, dass ich da nochmal ein paar Soul Hearts abgreifen kann oder ein Deal. Ah, den Nail brauche ich nicht. Ne, Leute. Ne, den Nail nicht. Obwohl, haben wir den schon mal genommen? Ich glaube nicht. Aber ich brauche ihn nicht. Ich kann ihn jetzt auch. Ich will den auch gar nicht jetzt nehmen. Den Nail nehmen wir später mal. Ich wollte eigentlich nur die Soul Hearts haben. Und da ist der Fight gegen Isaac, den ihr euch wahrscheinlich alle gehofft habt. Er ist einfach direkt in den ersten fünf Sekunden in seine letzte Phase gejumpft, weil er sich gedacht hat, sonst habe ich keine Chance gegen den Bro. Und er hat auch so keine Chance. Da ist er down gegangen. Oh, wir haben Lazarus Rex bekommen. Okay. Anscheinend eine Art Binde oder so. Wir haben perfekt vier Schlüssel. Kriegen Ball of Tar. Das ist ein Magic Mushroom. Und Common Call für Gift. Ach du Scheiße. Ball of Tar. Jetzt haben wir auch noch einen Slow. Nochmal ein All Stats ab. Und jetzt pass auf, das wird so witzig. Strange Attractor. Weil das Ding sucht sich jetzt ein Ziel. Und das Ziel wird halt einfach nochmal zu dem Schwert hingezogen. Das heißt, wir haben doppelt einen Aim. Ja, wir haben jetzt einen ultimativen Aim-Bot des Todes. Ultimativer Aim-Bot des Todes auf jeden Fall. Falls wir in den Raum kommen, wo ich keinen Bock drauf habe, dann sage ich einfach nö. Und werde einfach mich raus teleportieren mit. Ihr wisst Bescheid. So, pass auf, der ultimative Aim-Bot des Todes. Bitte aim mal ein bisschen. Wir haben natürlich auch noch den, okay, das war gerade sehr unnötig. Die hat da schon quasi gelegen und auf mich gewartet, der hat auf mich aufgelauert. So, guck mal. Es ist, es ist, ich weiß, das Gameplay ist gerade ein bisschen schnell, weil ich werde auch irgendwie gerade rumgezerrt. Ich weiß nicht wieso. Habe mal ein paar Bomben gekriegt. Danke, brauche ich aber nicht. Weiß ich nicht schon, wo der Boss ist, oder? Oh, das ist auch sehr cool, weil die werden ja auch alle reingesorgen, die Spinnen. Oh, shit. Was geht mit dem Schwer... Was geht mit dem Messer ab, du? Ich weiß nicht, ob ich mich hier nicht raus teleportieren sollte. Oh, ich sehe meine Lebensanzeige nicht, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Bei so ganz vielen Gegnern, glaube ich, funktioniert das mit dem Spoonbender und dem Messer nicht so gut. Weil das springt dann zwischen denen rum und das ist nicht so effektiv. Ganz kurz schauen. Ich weiß nicht, wo der Bossraum ist. Ich versuche natürlich, mein bestes Sinn zu finden. Wir kriegen... Was war das? HP ab und you feel protected. Ich glaube, dieses Cancel war ein gutes Item. Aber unsere Hitbox ist größer geworden, ne? Und da ist der Bossraum. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist... Ich glaube mittlerweile, das ist der Overpowered to Run, den wir zumindest in den letzten 30 Folgen hatten. Ich weiß es nicht genau, ob es der Overpowered to Run war, aber ich... Ich glaube, es kommt ziemlich nah ran. Das ist so eine richtige Seed, die ihr spielt. Wenn ihr einfach keinen Bock mehr habt auf diese random schlechten Runs, die manchmal kommen. Bei uns im Let's Play irgendwie sau selten. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lazarus ist jetzt auch fertig. Fertig. Über Bewertungen und Kommentare würde ich mich freuen. Viel Spaß mit der Seed. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play The Binding of Isaac. Rebirth. Was kriegen wir? Ich bin gespannt. Store Credit.